Wie fängt man eigentlich so ein Video an? Ich habe keinen Plan. Aber well, here we are. We did it. Ihr habt es im Titel gelesen. Ich glaube ihr wisst es schon so oder so. Wir haben diese magische Zahl von 100 Abonnenten easy, easy, easy geknackt und stehen bei Stand jetzt 115 Abonnenten. Was für mich geisteskrank ist. Nach dreiwöchiger Abstinenz, nach Covid19, nach vogelwildem Urlaub und nach gezogenen Weisheitszähnen bin ich hier, bin ich back und bin motivierter als je zuvor den Channel auf eine ganz, ganz neue Ebene zu hieven. Also wie sagt man so schön, schnallt euch an, film ab. Die Reise geht jetzt erst richtig los. Manche werden sich denken, wann hält der Typ endlich mal die Fresse und zeigt uns die Free Picks. Ich will Gewinnspiele, 100 Abonnenten. Ein nach dem anderen. Auf jeden Fall wollte ich als Teil des Abo-Specials eine kleine Live-Reaction filmen, bzw. es wurde eine kleine Live-Reaction gefilmt. Wir waren entspannt in einer Bar, haben ein paar Kaltgetränke getrunken, hatten eine geile Zeit und haben die 100 Abonnenten erreicht. und es war alles auf Video. Betonung ist oft wahr, denn es ist jetzt alles weg und das Abo-Special fällt leider ins Wasser. Naja, I'm sorry. Kleiner Disclaimer, es würde ins Wasser fallen, wenn ich nicht die beste Community in ganz YouTube-Deutschland hätte. Servus Krissi, herzlichen Glückwunsch zu den 100 Abonnenten. Ja, ich will Glückwunsch auch für die 100 Abos. Servus Karl, herzlichen Glückwunsch zu den 100 Abonnenten auf YouTube. Ja moin, auch von mir mal herzlichen Glückwunsch zu 100 Abonnenten. Lieber Krissi, ich kalier dir zu den 100 Abonnenten. Karl, auch von mir alles cool zu sein, 100 Abonnenten auf YouTube. Alles Gute. Jo Krissi, was geht? Alles Gute zu den 100 Abonnenten. Wahnsinn, dass nun Jackpot Chris 100 Abonnenten geschafft hat. Servus Krissi, geil was du bis jetzt erreicht hast. Moin Karl, wir feiern deine 100 Abonnenten. Jackpot Chris, 100 Abonnentenschwäche. Krass, einfach krass, was soll ich sagen? Ja, ja, ne, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Chris, super. Glückwunsch für die 100. Krissi, mein allerbester, ich gönn dir die 100 Abos von Herzen und in zwei Jahren kommt der erste Playbutton. Punkt hast immer geackert für deine Ziele wie ein Löwe. Auf die nächsten 100 Abos und den ersten Bremen-Stadion-Vlog. Hi Krissi aka Jackpot Chris, hoffentlich darf die Nachricht noch in dein Video. Glückwunsch zu den 100 Abos, mein Freund. Ein erster Meilenstein ist erreicht und das wird ganz sicher nicht der letzte sein. Seitdem ich dich kenne bist du als Hustler bekannt. Gib Gas Bro und auf weitere, am besten, hunderttausende Abos. Solltest du eine krasse Karte von Barca oder Arsenal ziehen, gib Bescheid. Beste Grüße. Bertz an. Bro alles alles Gute Süden, hundertta Bostein-Videos waren am Anfang ganz geil. Würde aber mit der Zeit. Naja, noch besser. BDG bis zum Ende sie durch. Hi Krissi wollte dir mal gratulieren dafür, dass du die 100 Abonnenten Grenze geknackt hast. Du hast wirklich so viel Liebe und Leidenschaft in die Videos reingesteckt und ich gönne dir einfach vom Herzen, dass dein Kanal immer größer wird. Ich bin echt stolz auf dich und was du schon erreicht hast, deswegen hoffe ich, dass du genauso weitermachst. Ich wünsche dir noch weiterhin viel Glück und bleib einfach du selbst, denn so schaffst du es auf jeden Fall noch mehr Leute zu begeistern, weil es einfach Spaß macht so einer erfahrenen und witzigen Person wie dir zuzuschauen. Deine Persönlichkeit und Einstellung mattieren einfach richtig gut zu den Videos also mach nur so weiter und bald hast du noch weitere Meilensteine geknackt. Ich drücke dir die Daumen aus Rufezeichen 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 Lieber Cristiano Cornelius, 100 Abonnenten, genauso viel wie es goldene Pfannenwänder in Bikini Bottom rehydratet gibt. Eine magische Zahl die nur ein wahrer Trading Card Collector mit Aggressiv Booster öffnendem Zeigefinger in so kurzer Zeit erreichen konnte. Ich erinnere mich daran als wäre es erst gestern gewesen und untreibe sogar noch wenn ich sage der Tag an dem Jackpot Chris die 100 Abos knacken konnte, war der schönste in meinem ganzen Leben. Ich hoffe außerdem für dich, dass Jason Tatums Rückennummer in Windeseile den Weg vom Jersey ans Ende deiner Abozahl findet. Dafür gibt's dann in Zukunft auch eine Videobotschaft mit Siegesgeheul Lululululu. Auf weitere 100, dein Spitzkopf Lari. Hier sind die Flippers. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Ich mach weiter so. Mach weiter so. Machst du weiter. Hast du dir verdient. Ja mach weiter so. Hab weiter so viel Spaß dran. Mach weiter so. Zieh durch. Machst du weiter. Mach weiter so. Ja Jungs, ich glaub wir haben es jetzt alle verstanden. Ich mach genauso freaking weiter. Obwohl. Ich mach nicht nur genauso freaking weiter. Ich mach besser weiter als je zuvor. Und wie könnte man besser weitermachen als mit einem fetten Special für die 100 Abonnenten. Also wer hat Bock auf fette Gewinnspiele? Wer hat Bock auf einen fetten 100 Abonnenten Special Livestream? Und wer hat Bock auf Free Packs, Free Box Break Spots und Boxen en masse die im Stream gerippt werden? Wer hat Bock? Und wer von euch ist richtig hyped? Dem einen oder anderen könnten eventuell bei den Wörtern Livestream und Box Break schlechte Erinnerungen hochkommen. Ich freu mich auf weitere Streams, auf weitere Box Breaks und weitere Mutes, die ich vom BAPI reingedrückt bekomme. Ich hoffe, dass ich in Zukunft nicht mehr so bescamp werde bei den Box Breaks und auf einmal der Stream ausgeht gerade bei meinen Packs. Aber es geht auch anders. Naruto berichtet. Moin, Glückwunsch zu den 100 Abos. Die Openings waren geil, die Vlogs haben mir auch mega gefallen. Bin froh, bei einem deiner ersten Box Breaks dabei gewesen zu sein und würde mich freuen, wenn du wieder welche machst. Danke für dein Content und das Schlotterback-Auto. Wenn Naruto jetzt irgendwas zieht, ne, dann spring ich ehrlich aus dem Fenster. Nee. Nee! 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 Digger! Naruto! Du Spaß beiseite, finde es schön, die als Freund gefunden zu haben. Gemeinsam mit dir macht das Hobby nochmal viel mehr Spaß, rotes Herz, Daumen hoch. Und Naruto ist nicht die Ausnahme. Denn hier gehen alle glücklich und zufrieden aus meinen Box Breaks raus. Und, äh, gib mir jetzt meinen Jason Tatum und meinen Clay Thompson, danke. Du hast gesagt, du hast einen Tatum dazugepackt! Wo ist der Tatum? Nee, der Tatum ist nicht dabei, Digger. Du hast mir gesagt, du hast einen Tatum dazugepackt! 100.000 Abonnenten! Checkpoint Christ! Liebe! Liebe! Man muss nicht alles verstehen im Leben. Und auch der Rest meiner Community ist sehr optimistisch, was meine Abo-Zahlen in Zukunft angeht. Ja, ich würde sagen, als nächstes werden die eine Million angegriffen, oder? Also ich habe noch hier große Erwartungen. Das nächste ist 1.000, auch noch dieses Jahr. Bald kommen die 200 Abonnenten, der Zug rollt schon. Machst du weiter, dann klappt das auch noch mit den 1.000 Abonnenten. Und, äh, nun geht sie auf die 1k zu. So, jetzt aber genug der Feierlichkeiten und zurück in mein altes Setting. Ich habe es dir eigentlich schon vorweggenommen am Anfang des Videos. Es gibt Gewinnspiele. Und, ähm, wir fangen mal heute an als Belohnung an alle, die bisher drangeblieben sind. Verlose ich an eine glückliche Person. Diese wunderschönen 3 Xavi-Simmons-Karten. Tu mir einen Gefallen, lass Xavi-Simmons aus der Nummer raus. Danke. Na gut, dann halt kein Xavi-Simmons. Wie dem auch sei, ähm, ich habe trotzdem was Kleines, aber Feines als kleinen Vorgeschmack in diese ganze Gewinnspielreihe, ne. Ähm, verlose ich an einen glücklichen von euch. Ein Matchetects Extra Starterpack mit 24 Karten, einer Limi, Originalpreis 6 Euro, 1. und 2. Bundesliga mit der Chance auf diese perverse Duxi on Fire Karte. Also wer da nicht mitmacht, selber schuld. Und wie könnt ihr mitmachen? Einfach unten einen Kommentar schreiben. Ganz egal was. Einfach als kleiner Dank, dass ihr bis hierhin eingeschaltet habt. So, und das war es eigentlich auch schon von meiner Seite aus. Viel Glück an alle Teilnehmer. Ähm, ja. Und seid gespannt, was die nächsten Tage auf dem Channel folgt. Haltet die Ohren steif. Es wird sich überschlagen. Ja. Also, seid gespannt. Viel Liebe geht raus. Und danke an jeden einzelnen von euch. Beste Community EU West. Danke. Auf die nächsten 100 Abonnenten und auf weitere coole Stadion Vlogs, Box Breaks oder auch immer was auf deinem Kanal kommt. Ich kenn ihn schon ein bisschen länger und weiß, dass in seinen Videos 100% Leidenschaft checkt. Das sieht man auf jeden Fall auch in seinen Videos. Immer super Content. Ich gönn's dir von Herzen, mein Bruder. Geiler Content. Ich hab dich lieb. Du bist der Beste. Ich wusste schon am Tag 1, du schaffst das. Easy. Ja und im Zimmer, ähm, frohe Weihnachten. Viele Grüße. Peace. Beerus.